Hallo und willkommen bei Watchmax's Uhrengeschichten. In diesem Format erzähle ich Geschichten von und mit Uhren. Heute geht es um die Uhr des Kohlenhändlers. Bevor wir zur Uhr kommen, möchte ich euch den Kohlehändler etwas genauer vorstellen. Hans wurde 1912 in Erfurt geboren und über die Jugend von Hans ist nicht allzu viel bekannt. Allerdings ist glaube ich klar, dass durch den Ersten Weltkrieg und die nachfolgende Weltwirtschaftskrise die Jugend von Hans nicht durch überschwänglichen Reichtum, materielle Vielfalt, sondern eher durch Entbehrung und harte Arbeit geprägt war. Hans wächst in einem Familienunternehmen auf. Sein Großvater Karl hatte einen Pferdehandel, der sich dann über die Zeit hinweg zu einem Kohlehandel entwickelt hat und diesen Kohlehandel hat sein Vater Franz übernommen und in diesem Umfeld wächst Hans heran. Er arbeitet im Familienbetrieb, alles was anlag und in einem handwerklich geprägten Betrieb, in einem Familienbetrieb ist eigentlich immer was zu tun. Durch die schwere körperliche Arbeit ist Hans bärenstark und es wird erzählt, er konnte zu seinen besten Zeiten drei Zentner Kohle, also drei vollgepackte Säcke mit Kohle gleichzeitig an die Kunden ausliefern, sogar die Kellertreppe hinunter bis in den Keller. Sein Temperament wird als ungeduldig, aufbrausend beschrieben. Er wird von seinem Sohn mit den Worten beschrieben. Ich muss das hier gerade zitieren, weil ich das wirklich sehr betreffend fand. Sein Sohn beschreibt ihn mit den Worten, Maulen kommt vor Denken, da war Kopf und Arsch eins. Das ist also Hans in seinen jungen Jahren, als er im elterlichen Betrieb arbeitet. In seiner seltenen und kurz bemessenen Freizeit ist er Mitglied in einem Motorradclub. Mit Freunden werden Motorradtouren gefahren. Es wird an inoffiziellen, halboffiziellen, vielleicht auch an offiziellen Rennen teilgenommen. Der Klub wird auf jeden Fall in der Umgebung nicht von allen und nicht immer gerne gesehen. Heute würde man wahrscheinlich sagen, Hans war ein Rocker. Zu der Motorradclub-Zeit hatte Hans bereits seine Freundin, spätere Verlobte und später dann auch Frau, die nach der Heirat aus dem Rheinland zu ihm nach Erfurt zog. Im Zweiten Weltkrieg musste Hans, wie eigentlich alle jungen Männer, in den Krieg. Im Januar 1940 wird er Vater und übersteht den Krieg weitgehend unverletzt. Er kehrt früh aus amerikanischer Gefangenschaft heim und führt dann den elterlichen Betrieb, den Kohlehandel, fort. In Erfurt ist sehr viel, wie auch in vielen anderen Stellen Deutschlands in Schutt und Asche und der Aufbau beginnt, Kohlen werden gebraucht. Er ist ein respektierter, anerkannter und auch wichtiger Mann in seinem direkten Umfeld. Eine angesehene Persönlichkeit mit Bärenkräften und schmutzigen Händen sozusagen. Die DDR bildet sich aus und die sich bildende DDR sieht Hans anders als sein direktes Umfeld. Für die Entscheidungsträger in der DDR ist Hans nicht jemand, der den Aufbau mitträgt, der in der Nachbarschaft respektiert ist, sondern er ist ein selbstständiger Kohlenhändler, einer, der sich der Kollektive quasi widersetzt, ein Kapitalist. Das führt zu der Situation, dass es ihm immer schwieriger wird, an Kohlen zu kommen und was ihn noch stärker trifft, ist die Tatsache, dass sich immer mehr abzeichnet, dass seinem Sohn wohl ein Studium in der DDR verwehrt bleibt, weil das für Kapitalisten nicht vorgesehen ist. So steigt der Druck. Er muss sich entweder anpassen oder leiden oder aber die Option in Erwägung ziehen, in den Westen zu fliehen, vielleicht ins Rheinland, wo seine Frau ursprünglich herkommt. So trifft er die Entscheidung, Erfurt, seine Heimat zu verlassen und mit seiner Frau und seinem Sohn 1957 ins Rheinland zu fliehen. 1957 zeichnet sich bereits ab, dass der Aufschwung immer mehr an Fahrt gewinnt. Es wird immer mehr aufgebaut und das Heizen mit Kohle wird zunehmend mehr durch Öl ersetzt, auch mit Öletagenöfen, aber Kohle spielt eine zunehmend geringere Rolle. Und außerdem müsste er ja seinen Kohlenhandel, wollte er diesen in Westdeutschland fortführen, von Grund auf neu aufbauen. So versucht er, einen Beruf als Fahrlehrer zu finden. Er kann alles fahren, er darf alles fahren, vom Bus über LKW, Motorrad, Pkw sowieso. Aber eine Ausbildung zum Fahrlehrer hätte sehr viel Zeit gekostet, die er nicht hat, weil er natürlich mit so gut wie nichts in den Westen geflohen ist und für seine Familie sorgen möchte. So kommt es, dass der aufbrausende, ungeduldige, vielleicht auch jähzornige, bärenstarke, ehemalige Rocker sich entschließt, Busfahrer zu werden. LKW-Fahrer wäre eine Option gewesen, aber da wäre er zu lang und zu oft von der Familie getrennt gewesen. Das wollte er nicht, also entschied er sich, Busfahrer zu werden und die städtischen Linienbusse in seiner neuen Heimat zu fahren. Große Busse, Gelenkbusse, die man heute auf den Straßen kaum noch sieht. Oberleitungsbusse, die mit Strom fuhren, aber auch einen Motor hatten, um Strom zu erzeugen für die Strecken, an denen noch keine Oberleitung gelegt waren. Fast 15 Jahre sitzt er auf dem Bus und fährt Tag ein, Tag aus, mehr oder weniger die gleichen Routen. Als Kohlehändler hatte Zeit für ihn noch keine große Rolle gespielt. Es wurde getan, was getan werden musste. Es wurde getan, wann es getan werden musste. Und wenn es etwas längerte, dauerte es eben etwas länger. Als Busfahrer spielen aber Pünktlichkeit und die Taktung der Zeit eine elementare Rolle. Und so schafft er sich eine Uhr an, seine Uhr. Und da er ja die Stadtwerke repräsentiert, auf dem Bus quasi das Aushängeschild der Stadt ist, so sieht er es, schafft er sich eine für seine Verhältnisse sehr gute Uhr an. Er kauft sich eine Olma-Automatik mit Plexiglas. An seinem riesigen Handgelenk wirkt die 33mm große Uhr wie ein Kinderspielzeug. Was er damals nicht wissen konnte, ist, dass er wirklich ein besonderes Stück sich dort gekauft hat in den 50er Jahren. Das Werk ist ein AS-1250 Werk mit einer Pendelautomatik. Das heißt, der Rotor dreht nicht im Kreis, sondern er schlägt immer wieder auf Federn und pendelt hin und her und macht keine ganze 360-Grad-Drehung. Mit einer Frequenz von 18.000 Schwingungen und einer Gangreserve von 32 Stunden ist diese Uhr sein ganzer Stolz, die auch bei den vielen Stunden auf dem Bus natürlich immer an seinem Arm ist. Egal, ob es über Kopfsteinpflaster geht, denn das wird erst über die Jahre durch Asphalt ersetzt, über Baustellen, ob es die Oberleitungsbusse sind oder aber die Gelenkbusse. Es rattert, es knattert, es rüttelt und die Uhr ist an seinem Handgelenk. Revision war für diese Uhr so gut wie nie ein Thema. Sie tat es einfach. Sie musste es tun. Sie tat es. Sie tat es gut genug. Und als er nach 15 Jahren am Steuer in die Verwaltung wechselte, um Bürotätigkeiten zu machen, Routen zu planen und auch die Einsätze der anderen Fahrer zu koordinieren, blieb sie selbstverständlich so lange an seinem Arm, bis sie nicht mehr so genau ging, wie er es gerne gehabt hätte. Die Uhr wurde dann auch nicht revidiert, sondern erschaffte sich eine neue Uhr an, eine Dugena Monza und mit der konnte er sogar schwimmen gehen und tat das auch sehr ausgiebig. Aus dem jezornigen, ungeduldigen, ehemaligen Rocker war über die Zeit ein sehr biederer Familienvater geworden, ein Mann, der seine Enkel liebte, mit ihnen kindlich spielen konnte, sie unglaublich umsorgte, ihnen Spiele zeigte, die unbekannt und alt waren, der sich die Zeit nahm, mit ihnen hingesetzt hat, um von dem Rehlein im Wald zu erzählen, welches sich verlaufen hatte, in der Dunkelheit Angst bekam und dann doch wieder den Weg nach Hause fand, ein ganz anderer Mensch als der, der noch zu Beginn seines Lebens in Erfurt die Kohlen ausgetragen hatte und bei Wut auch schon einmal ein Scheunentor kaputt warf. Hans, der Kohlenhändler, war mein Opa. Wenn ich seine Uhr in der Box sehe, dann vermisse ich ihn jedes Mal. Ich denke gerne an ihn und ich denke sehr gerne an die Zeit, die ich mit ihm hatte. Ich habe seine Olma revidieren lassen, sie läuft sehr hervorragend und ich habe auch seine Dugena revidieren lassen, die trägt jetzt mein Vater. Und das war's für heute.